Hase, wollen wir dieses Jahr eigentlich auch mal Ostereier suchen? Na klar, mir entgeht kein Schokoei. Ist klar, so wie bei Minecraft bei Minute 1,34, als du Kohle übersehen hast. So, dann wollen wir mal. Ah! Was soll das denn? Ach, nö. Was ist falsch mit dir? Oh, Pahn, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Frohe Osternhase. Frohe Osternhase. Frohe Osternhase. Frohe Osternhosa. Vielen Dank.